Hallo und herzlich willkommen ihr Lieben. Heute habe ich ein kleines Video für euch, passend zu unserer aktuellen Aktion, zu unseren tollen Quincy Brutgeräten. Wer den Newsletter schon erhalten hat, weiß schon darüber Bescheid. Wir begleiten euch nämlich Schritt für Schritt bei der Brut, das heißt vom Einlegen der Bruteier bis zur Aufzucht der Güten. Wir begleiten euch, wir geben euch zahlreiche Tipps, wie ihr was am besten macht und wie ihr auch die Brut am besten vorbereitet. Mein Favorit ist die Firma Quincy, die kommt aus England. Mit Quincy haben wir schon jahrelang tolle Erfahrungen gemacht. Um euch einfach kurz einen Einblick zu geben, für wen welches Gerät am besten ist, werde ich einfach kurz ein paar Worte dazu sagen. Quincy teilt seine Grundgeräte immer in drei verschiedene Gruppen ein. Es gibt einmal die Eco-Modelle, es gibt die Advanced-Modelle und die EX-Modelle. Die drei Modelle unterscheiden sich einfach in den Funktionen. Der Grundapparat ist immer der gleiche, das heißt man hat immer die gleiche Qualität, fast die gleiche Technik und auch das gleiche hochwertige Material, immer mit dem antibakteriellen Biomaster-Zusatz. Die Eco-Modelle sind dabei die einfachsten Modelle, die gern für den Einstieg verwendet werden. Sie sind einfach ein bisschen kostengünstiger und sind für denjenigen geeignet, der nicht unbedingt Wert auf die allerbesten und auf die allerhöchsten Ergebnisse legt und auch einfach nicht ganz so oft brüten tut, weil einfach die verschiedenen Parameter wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit manuell geregelt werden und dadurch natürlich einfach ein bisschen mehr schwanken können. Bei dem Advanced-Modell hat man dann schon mehr Vorteile. Man hat zum Beispiel die vollautomatische Wendung dabei und eine digitale Temperaturanzeige. Das heißt im Vergleich zum Eco-Modell müssen die Eier nicht mehr gewendet werden und die Temperatur muss nicht manuell abgelesen werden. Die Königsklasse sind dann die EX-Modelle. Das sind so die Favoritenmodelle von uns, ganz klar, weil natürlich die Brut einfach am bequemsten und am zuverlässigsten erfolgen kann. Die Temperatur wird digital angezeigt, wird digital geregelt und auch die Luftfeuchtigkeit wird dann digital angezeigt und über eine Pumpe auch automatisch gesteuert. Das heißt am Ende müssen nur noch die Eier eingelegt werden und dafür gesorgt werden, dass immer ausreichend Wasser im Behältnis ist. Hier auch mein Tipp, immer destilliertes Wasser nehmen, da einfach kaltfreies Wasser besser für das Gerät ist. Winzy bietet für jeden die passende Größe an, angefangen bei den Mini-Modellen zu den Maxi-Modellen. Das sind, sage ich mal, alles Modelle in dem Hobby-Bereich, wo man so bis zu 24 Aier gehen kann. Wer dann ein bisschen mehr hat, kann dann wunderbar mit den Ovation-Modellen arbeiten. Da gibt es den Ovation 28 oder den Ovation 56. Mit den zwei Modellen hat man eigentlich wirklich große Kapazitäten und kann wirklich zahlreiche Proben damit durchführen. Wer es dann ganz groß möchte, für den gibt es dann die ganz großen, die Winzy Oasis, das sind dann die großen Brutschränke, für die, die wirklich viel vorhaben. Wir haben uns jetzt bei unserem Test, oder was heißt Test, bei unserer Begleitung für euch, bei unserer Schaubrut, haben wir uns bewusst für den Winzy Mini EX entschieden, weil das einfach das gängigste Modell ist und anhand von diesem Modell kann man auch die Erfahrungen auf die anderen Modelle übertragen. Ein großer Vorteil für euch ist zudem, wir sind seit letztem Jahr offizieller Winzy-Importeur für Deutschland und Österreich. Das heißt, wir haben einen direkten Draht zu Winzy, wir haben alle Ersatzteile am Lager und wir wickeln euch auch die ganze Garantie ab. Winzy bietet euch, sofern ihr das Gerät nach Erhalt registriert, statt einem Jahr Garantie, volle drei Jahre Garantie an, so viel wie kein anderer Brutgerätehersteller. Und für euch ist der große Komfort, ihr müsst euch mit keinem Hersteller direkt aussetzen, ihr müsst mit keinem Importeur verhandeln, wo kommen wann irgendwelche Ersatzteile her, sondern das geht alles direkt über uns. Wir helfen euch immer weiter, nicht nur bei Fragen zur Brut, nicht nur bei Fragen zur Aufzucht, nicht nur als Lieferant für eure Bruteier, sondern auch bei allen Garantiefällen und Fragenrunden die Brutgeräte selber. Vor, während und auch nach dem Kauf sind wir immer für euch da. Ich wünsche euch viel Spaß bei eurer ersten Brut dieses Jahr, ich wünsche euch ganz tolle Zuchterfolge und viel Spaß mit den kleinen Küken. Bis zum nächsten Mal.